Viele unserer Kunden fragen uns beim ersten Kennenladen, was unterscheidet Sie eigentlich bei der Team Success Coaching KG von anderen Beratungsunternehmen? Diese Frage beantworte ich sehr gerne mit folgender Skizze. Was passiert, wenn ein klassischer Berater zu Ihnen in die Firma kommt? Richtig, er stellt viele, viele Fragen. Er fragt Sie, er fragt Ihre Mitarbeiter. Manchmal tagelang. Dann geht er nach Hause und wie in einem stillen Kämmerlein, für Sie ganz oft wie in einer Blackbox, überlegt er sich, was zu tun ist. Kommt wieder zu Ihnen in die Firma, ins Unternehmen und präsentiert Ihnen das Konzept und sagt, so müssen Sie es machen. Und jetzt die Preisfrage. Was passiert mit solchen Konzepten? Richtig, Sie laden in der Schublade, auf dem Papierkopf, werden aber ganz, ganz selten nur wirklich umgesetzt. Und das ist frustrierend für Sie, und zwar nicht nur teuer, sondern auch noch frustrierend. Und auch für uns in der Team Success. Vielleicht unterscheiden uns da von vielen klassischen Beratungsunternehmen. Diesen Ansatz haben wir vor mehr als 20 Jahren aus genau dem Grunde verlassen. Wie machen Sie das? Wir kommen auch zu Ihnen in den Themen, zu zweit, manchmal zu dritt, ganz nach dem, was das Projekt bei Ihnen erfordert. Dann versammeln wir Sie, Ihre Führungskräfte und ausgewählte Mitarbeiter. Und manchmal sogar auch Kunden oder Lieferanten. Und in diesem Workshop bringen wir unsere Ideen und Ihre Ideen mit rein. Und aus der Interaktion zwischen diesen Betroffenen und Beteiligten entwickeln wir gemeinsam Maßnahmenpläne. Und mit diesen Maßnahmenplänen verabschieden wir uns von einem Workshop. Aber, was uns extrem wichtig dabei ist, wir sorgen dafür und wir zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie diese Maßnahmenpläne auch wirklich umsetzen. Das heißt, die Umsetzung dieser Maßnahmenpläne ist eines unserer eigenen Erfolgsfaktoren. Und genau diese Kombination unterscheidet uns in der Teamsuccess-Coaching-KG von vielen, vielen klassischen Beratungsanlehmens. Wenn Sie neugierig darauf sind, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir freuen uns auf den Austausch.